Musik 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 Wer kennt die Melodie? Musik Musik Das ist eine Melodie aus den 20er Jahren. Das ist eine Melodie, die damals eine Band großgemacht hat, die Comedian Harmonist. Die Comedian Harmonist waren mit deutschen Bands, die sehr erfolgreich durchs Land gezogen sind. Die sehr erfolgreich, wie man damals gesagt hat, durchs Land gezogen ist. Bis irgendwann im Jahre 1934 die Reichsmusik kam und gesagt hat, Juden in einer Band brauchen wir nicht. Juden haben auf Bühnen nichts zu suchen. Wenn ich heute neue Nazis marschieren sehe, dann wird mir schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir jetzt dieses Video anhören, wenn wir wissen, dass damals aus dem Koren Harmonist geworden ist, hören wir es vielleicht ein kleines Wittchen ins anderen Auge. Irgendwo auf der Welt gibt ein kleines Wittchen Glück und ich träum davon in jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt ein kleines Wittchen Seeligkeit und ich träum davon schon lange, lange Zeit. Wenn ich weiß, wo das ist, dann geh ich in die Welt hinein. Wenn ich euch einmal recht habe, so von Herbst du glücklich sein. Die Ant Jeans sind seitdem dieses Wittchen tubeaden ist Kontolat vomff öffnen. Wenn ich mich immer recht hab, so ein kleines Wittchen Osd 이유, wenn ich eigentlich Eles überlevauche, als ich zumindest immer gereinlich finde, das ist eine Szene. Und hier, und wohl, und rein.